Hi Freunde, mein Name ist Davis Ziegler, ich bin Zauberer. Herzlich Willkommen im Hangar Zero beim Netzwerkevent von Wecon. Wir schauen uns jetzt mal zusammen an, was hier so los ist. Wir sehen hier schön viele Motorsportkarren ausgestellt. Das große Highlight, unser Rennsimulator, unser Foodtruck und sonst vernetzen. Hi, ich bin der Max von Picture Colada. Wir sind eine Medienproduktion aus Koblenz für Koblenz, aber überregional unterwegs. Mein Name ist Jochen Schudder, ich bin Geschäftsführer der Indivo GmbH. Ja hallo, ich bin die Silke Klappdor, ich bin Autorin, Podcasterin und Coach. Heute sind wir hier in Mendig im Hangar Zero. Hier ist das Event vom Wecon-Netzwerk. Und der Hangar ist jetzt eine Event-Location, wo ganz viele verschiedene Arten von Feiern durchgeführt werden können. Wecon Koblenz gibt es jetzt seit einem dreiviertel Jahr ungefähr und bei Wecon lohnt es sich insofern mitzumachen, als dass du hier die Menschen richtig persönlich kennenlernst und das noch mit tollen Events verknüpft. Ich kann euch sagen, kommt einfach vorbei, schaut es euch an, lernt die coolen Leute hier kennen. Und hier wird wirklich aktiv connected, deswegen absolute Empfehlung von meiner Seite. Ja, beim nächsten Mal sind wir auch wieder dabei. Ja, beim nächsten Mal sind wir auch wieder dabei.